In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ein Knisterhäschen nähen könnt. Und so könnte es aussehen. Ihr benötigt Baumwollstoff, Musselinstoff oder Handtücher, Knisterfolie, am besten Bratschlauch, eine Hasenschablone, die gibt's auf meinem Blog, Stoffschere, kleine Bastelschere und Bleistift, Klammern, Bänder, Wolle und Nadel, sowie Bügeleisen und Unterlage. Ihr bügelt euch euren gewaschenen Baumwollstoff und legt euch diesen mit dem Handtuch bereit. Nun zeichnet ihr auf der linken Stoffseite die Schablone ab. Stoffstück mit Rand zuschneiden und das Handtuch bereitlegen. Nun nehmt ihr euch eure Bänder und schneidet sie zu. Ihr legt die Bänder mit der geschlossenen Seite nach innen an die Position, die ihr gerne hättet, zum Beispiel an den Bauch oder an die Ohren. Klammert das Ganze fest, damit es nicht verrutscht. Nun nehmt ihr die Knisterfolie und schneidet sie in der Größe eures Häschens zu. Wichtig ist hier, dass ihr in die Folie überall kleine Löcher reinschneidet, da es ja für kleine Kinder geeignet sein soll. Nun auch diese befestigen und an der Linie einmal außen herum nähen. Lasst am besten unten eure Wendeöffnung offen. Mit dem normalen Geradstich zusammennähen. Über die Stelle, wo die Bänder liegen, am besten ein- bis zweimal drüber nähen, damit es besser hält. Nun 1 cm am Rand entlang zuschneiden und durch die Wendeöffnung wenden. Am Schluss diese mit der Nähmaschine oder mit einem Matratzenstich zunähen. Fertig ist euer Knisterhäschen. Ihr könnt aber euer Stoffstück auch noch besticken. Hier habe ich einfach ein müde Augenmotiv darauf gestickt. Auch hier wieder Dekobänder zwischen die Stoffe legen. Bei jedem Häschen daran denken, die Folie mit Löchern zu versehen. Die Löcher dienen einfach nur der Vorsichtsmaßnahme. Da Säuglinge und kleine Kinder das Knisterhäschen auch in den Mund nehmen und daran saugen, können sie durch die Löcher einfach nicht ersticken. Eigentlich kann dabei nichts passieren, aber trotzdem ist es wichtig, dass ihr wisst, dass ihr so eine Vorsichtsmaßnahme auf jeden Fall mit bedenken müsst. Zusammennähen, wenden, ausbeulen, zunähen und wer will, noch einen Rand drumherum nähen. So könnt ihr jetzt ein Knisterhäschen in jeder beliebigen Größe anfertigen. Wer keine Lust hat, das Motiv zu wenden, kann auch auf der rechten Stoffseite eine sichtbare Naht nähen. Hier erstmal die schöne Seite nach unten legen und darauf dann die gelöcherte Knisterfolie. Schließlich legt ihr den anderen Außenstoff mit der schönen Seite zu euch. Hier jetzt ohne Wendeöffnung einmal außen herum nähen. Ränder schön zuschneiden und wer mag, kann auch hier das Knisterhäschen mit einem Band verzieren. Zudem könnt ihr das Knisterhäschen am Rand auch noch mit einem Zickzackstich versäubern. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Durch die saugfähigen Stoffe können kleine Kinder und Säuglinge das Spielzeug auch in den Mund nehmen. Ihr könnt es daher auch bei 60 Grad waschen und der Folie passiert auch nichts. Und nun viel Spaß beim Nachnähen! zusammen mit dem chopper Deutsch Apple 2016 2017 2021 2020 late лично 2021 2020